Wir sind zurzeit 32 aktive Voltigierer in unserem Verein. Aufgeteilt nach dem Leistungsstand trainieren wir in vier Gruppen auf zwei Voltigierpferden. Über die Teams hinaus herrscht zum Beispiel auch zwischen klein und groß ein starker Zusammenhalt. Eigentlich sind wir alle ein Team. Regelmäßige gruppenübergreifende Urlaube tragen immer wieder zum Teambuilding bei. Voltigieren ist grundsätzlich ein Sport, der viel körperliche Fitness voraussetzt. Der Umsetzung auf dem Pferd geht immer viel Training auf dem Boden und dem Holzpferd voraus. Je präziser und effektiver dieses Training ist, desto schonender ist der Sport natürlich auch für das Pferd. Um zum Beispiel die Kleinsten an die Galoppade eines Pferdes heranzuführen und den Größeren das höchst präzise Einstudieren der Übungen zu ermöglichen, wünschen wir uns nun einen Simulator. Der Simulator imitiert die Bewegung des Pferdes, sodass wir unendlich oft üben können, ohne dass unsere Pferde dafür galoppieren müssen. Wir möchten unsere treuen Begleiter dadurch enorm entlasten beziehungsweise schon. Schon jetzt wird unser Fleiß regelmäßig durch Erfolge aller Gruppen auf Turnieren belohnt. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung und sagen vorab herzlichen Dank!